Wenn wir die Zeitungen der letzten Monate ansehen, insbesondere im Januar-Feber, als die Filme alle auftauchten in den Kinos, der Little Buddha und der Living Buddha und Shambhala und was sonst noch an buddhistischen Themen dann auch im Kinobereich angeboten wurde, dann hat sich dann darin gespiegelt auch eine ganze Reihe von Pressemeldungen mit interessanten Überschriften, die dann lauten wie eine Ozeanwelle im Spiegel oder Licht aus dem Osten, Buddhismus in Deutschland, eine Trendreligion im Fokus oder Nirvana im Westen, Buddha boomt in der Woche und warum fliehen Zuflucht immer mehr Deutsche zu Buddha in Bild und Funk? Jetzt Buddhismus, der Leuchtete erlebt eine Renaissance, Buddha ist überall in der Süddeutschen Zeitung vom 31. Jänner und nach dem Dino-Fieber naht der Buddha-Boom Das gab eine ganze Menge dieser Meldungen und sie waren zum Teil halb wahr, zum Teil viertel wahr. Es waren starke Verzerrungen, aber manchmal auch erkennbare Mühe des jeweiligen Journalisten, der uns befragt hat in der Deutschen Buddhistischen Union oder anderswo, durch einigermaßen sich hineinzufühlen und ein bisschen etwas von dem darzustellen, was er glaubt, entdeckt zu haben. Nun ja, das lässt uns einigermaßen gelassen, all jene, die seit einigen, seit vielen Jahren den Buddha-Dharma betrachten, praktizieren, hinterfragen und ihn studieren, weil auch da gilt, dass dieser Dharma, die Lehre des Buddha, da heißt er das Tragende, Dharma das, was trägt, dass es dies seit zweieinhalbtausend, über zweieinhalbtausend Jahren gibt und das zweifellos feststellbar ist, dass bei uns im Westen, in den Industrieländern, ein gewisses, immer stärkeres Interesse zu registrieren ist. Ich habe dabei zunächst vier Gründe, die ziemlich auf der Hand liegen, mir aufgeschrieben. Buddhismus ist nun mal keine Religion, kein Religion im herkömmlichen Sinne, wie wir es bei den monotheistischen Religionen des Nahen Ostens kennen, also Judentum, Christentum und Islam. Er ist auch ein Heilspfad, der aber nicht auf Glauben beruht, sondern auf Erkennen, auf Erfahrung und auf das eigene Bemühen. Die wahre Natur unseres Geistes zu entdecken, ein wenig zu trainieren und diese mittels der Energie der Achtsamkeit, diese Freiheit, diese Möglichkeit unseres eigenen Geistes zu entdecken, das ist seit diesen zweieinhalb Jahrtausenden die ständige Bemühung derer, die, wie wir so schön sagen, auf dem Weg sind. Im Buddhismus steht der Mensch im Mittelpunkt aller Konzepte, jedes Angebotes und es ist vielleicht die älteste psychologische Wissenschaft der Menschheit, denn ein großer Teil dessen, was die Praxis ausmacht, ist natürlich auch Psychologie. Und das zweite ist der Verzicht auf Konstrukte, der Verzicht, Begriffe wie Ich und Gott und Selbst und Seele zu verwenden und daraus Begriffe zu bilden, an denen man festmacht, die aber in den Glaubensbereich gehören, und die nicht konkret und greifbar sind, und dass es keine Absolutismen gibt, nichts, was aus sich heraus entstanden wäre, sondern immer, und das ist ein wichtiger Grundsatz im buddhistischen Denken, alles von Bedingungen, von Konditionen, von Voraussetzungen abhängt, vielen oft, aus denen heraus etwas möglich ist. Dass aber nichts aus sich heraus, von sich selbst heraus entstehen kann. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Und wir haben durch unseren Ego-Begriff, durch unser Ich-Bewusstsein, eine Trennung zwischen uns und der Welt vorgenommen. Da bin ich und dort ist der Rest der Welt. Und der Buddha Dharma gibt die Möglichkeit, diese Illusion wieder aufzulösen. Dieses Nichtwissen von der wahren Natur der Dinge auf eine Weise zu entdecken, dass wir die Ganzheit, dass wir das Ganze wieder zu entdecken, zu erfahren vermögen, und auf die Weise eine neue Weltsicht, eine neue Art von Bewusstsein. Dharma Gowinder hat immer gesagt, ein Klick im Bewusstsein und eine Wendung von 180 Grad entstehen kann. Leer vom eigenständigen Selbst zu sein, bedeutet erfüllt sein von allem, hat Dick Nathan vor zwei Wochen in der Schweiz erklärt. Und diese Fülle, dieses Erfülltsein von allem, ist erfahrbar. Und das macht die Praxis aus, um die wir uns immer wieder neu bemühen. Und jeder sich selbst bemühen muss, weil es nur im eigenen Bemühen zu realisieren geht. Und dieses Konzept ist der dritte Punkt. Deines eigenständigen Selbst hat Eigenschaften des Menschen in den Mittelpunkt gerückt, des modernen Menschen, und bestimmt diese Gier nach Haben und Sein. Zu sein und zu haben. Und diese Gier, wir nennen das Tanha im Buddhismus, dieses immer wieder neue Greifen, etwas zu sein und etwas zu haben, ist das, was uns auch gleichzeitig leiden lässt. Und die Einschränkungen mit sich bringt. Und die viele Frustration und Aggression, mit der wir selber, mit uns selbst umgehen müssen, und natürlich auch mit anderen, und das bei anderen auch erleben. Und dieses Streben nach Gewinn und nach Macht. Ganz unterschiedlichen Gewinn, aber etwas gewinnen. Was bringt's, ist unsere Fragestellung in der Regel. Heute vielleicht auch, was bringt's? Das Streben nach Gewinn und nach Macht, nach Einfluss. Ich kann etwas zeigen, ich bin jemand. Und das Haften an Besitz und an Bedeutung, festhalten, das sind die Errungenschaften, da gebe ich nichts her davon, da wird nicht geteilt. Das steht mir zu. Das ist mein Anspruch. Das ist mein Recht. Dieses Haften an Besitz und Bedeutung, damit schaden wir viel weniger anderen als uns selbst. Mit dieser Art von Gier, von Streben und von Haften. Und das Verdrängen von Leid, das Verdrängen von Vergänglichkeit, von Nichtdauer, der immer wieder neue Versuch, etwas so sich vorzustellen, als ob es ewigen Bestand hätte. Einschließlich unseres eigenen Lebens. Dass wir so leben, wie wenn wir niemals sterben würden. Dieses Ausleben und Anhaften und Streben auf Kosten anderer Wesen und der Natur und auch zu unserem eigenen, auf unsere eigenen Kosten. Das geschieht immer wieder und das brauche ich nicht weiter auszuführen. Sie werden selbst genügend Beispiele dafür finden. Unser Gesellschaftssystem, das dieser Gier entspricht, ist eben eine Art von postmodernen Kapitalismus, das eigentlich Gier und Konsumwirtschaft definiert werden könnte. Und ich stehe genügend lange in der Wirtschaft, seit über 30 Jahren als ein selbstständiger Mensch, der ständig im Wirtschaftsleben zu tun hat, um zu wissen, was ich sage, wenn Gier und Konsumwirtschaft für mich das Stichwort ist, unter dem fast alle Aktivitäten und Aktionen laufen. Sei es politisch, wirtschaftspolitisch, ökologisch, ökonomisch oder wo auch immer. Das vierte ist die Fähigkeit des Menschen, sich selbst und die Welt und die Natur bewusst zu erschauen, zu durchschauen, zu erfahren, auf die Quelle zu kommen der eigenen Natur, des eigenen Wesens. Das ist der vierte Aspekt buddhistischer Lehre. auf die eigene Quelle zu stoßen, die Dinge dann, wenn ich das entdecke, und das ist möglich, jedem von uns, zu sehen, wie sie wirklich sind. Yatabutam. Und nicht so, wie ich sie gern hätte oder wie ich glaube, dass sie wären. Diese falsche Vorstellung, immer wieder falsche Vorstellung, die Leiden mit sich bringt, weil es dann nicht so ist, wie ich gedacht habe, dass es wäre oder wie ich es gern gehabt hätte. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten und sehen, dass hier ein Weg angeboten werden kann, der sehr modern ist, der unserer Zeit durchaus entspricht, dem, was wir eigentlich auf unserem Weg erreichen möchten. Dass da viele Aspekte enthalten sind und die alle zu verwirklichen sind, ohne dass wir deswegen Buddhisten werden. Ich würde keinem empfehlen, unbedingt nun Buddhist werden zu müssen. Es gibt keine Mission mehr. Schon lange nicht mehr. Sondern es ist ein Weg, der für jeden gangbar ist, ganz gleich, in welcher religiösen Tradition er steht oder auch areligiösen Tradition er stehen mag, ohne dort oder dorthin gehören zu wollen. Das ist auch wichtig zu wissen. Und das ist, der Buddha gesagt hat, es gibt nur vier Dinge der Herzenskultur, die wirklich gepflegt werden und geübt werden sollten. Das sind sogenannte Bhavanas. Das sind Hervorbringungen, die da lauten. Und das eine wächst aus dem anderen heraus. liebevolle Zuwendung, wirkliche Güte zu allem, was existiert. Und diese Liebe entsteht durch tieferes Verstehen. Und tiefes Verstehen entsteht, wenn ich tiefer hinschauen und zuhören kann. Dann werde ich den anderen und auch das, was mich umgibt und mit dem ich in Berührung und in Kontakt komme, werde ich besser verstehen lernen. Und wenn ich es besser verstehen kann, dann werde ich beginnen, es zu lieben. Liebe ist nur möglich, mit Verstehen gebunden, gekoppelt, anders nicht. Und diese liebevolle Zuwendung, Maitri oder Metta genannt, zu allem, was existiert, ist sozusagen die erste große Blüte, die Blume, die wir in uns selbst entwickeln können, aus der heraus dann Mitempfinden entsteht. Ein tiefes Mitempfinden mit der Unzulänglichkeit, mit der Eingeschränktheit, mit der Begrenztheit, mit der Unvollkommenheit, von allem, was bedingt entstanden ist und es gibt im ganzen Kosmos nichts, was nicht bedingt entstanden wäre, was nicht Konditionierungen unterworfen wäre und somit seine Einschränkung und Bedingtheit hätte. Und dieses Mitempfinden mit allem, was lebt, mit allem, was existiert, Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien, mit allem, wächst in uns dann durch mehr Verstehen und durch liebevollere Zuwendung. Das sind Parvanas, Hervorbringungen. Und das Dritte, was dann daraus herauswächst, ist Freude und Mitfreude. Wir werden plötzlich erfüllt durch dieses tiefere Verstehen und unser eigenes, achtsameres und bewussteres Leben mit viel Freude. Die Energie der Achtsamkeit bringt Freude mit sich. Sie kann uns erfüllen. Und wir entdecken immer mehr Dinge, an denen wir uns freuen können. Und es ist so wichtig, dass wir neben all dem, was negativ, was leidvoll, was elend, was brutal, was gemein, was niederträchtig ist, immer noch zu entdecken, vermögen und uns daran stabilisieren und stärken, was es gerade im Monat Mai auch draußen an Schönen gibt und was es in den Augen eines Kindes an Schönen gibt und was eine Blume und ein kleiner Vogel, meine Enkel, habe ich es auch vor Augen, oder irgendetwas bedeuten kann, immer wieder damit in Berührung zu kommen und zu sehen, wie viel Schönheit und wie viel Vollkommenheit wir zu entdecken vermögen, wenn wir nur tiefer schauen werden. To look a little bit deeply, sagt der Taiema. Genau, Taie nenne ich Dignatan. Genauer hinschauen, tiefer blicken. Und so entsteht auch dann die vierte große Blume, wir nennen sie den Gleichmut. Aber Opeksha ist nicht nur der Gleichmut gegenüber dem, was uns widerfährt, mehr Gelassenheit, mehr Abstand, etwas mehr hinschauen, einen Schritt zurück machen, sich nicht mehr so wichtig nehmen. dieser Gleichmut, der da entsteht, hat noch einen zweiten Aspekt, nämlich die parteilose Annahme und Zuwendung zu allem, was uns umgibt. Einfach nicht mehr zu sehr das Kästchen denken aufrecht zu halten, zu differenzieren, einzuteilen, den mag ich, den mag ich nicht, das mag ich, das mag ich nicht, sondern einfach offener zu bleiben und hinzuschauen, genauer hinzuschauen, um uns nicht von den ersten äußeren Eindrücken unserer eigenen Erfahrung, weil es eben vorher mal so war, sofort wieder in eine falsche Wahrnehmung zu bringen, in eine falsche Bewertung, Verurteilung oder Beurteilung und damit uns selber eigentlich die ersten neuen Einschränkungen wieder aufzulegen, die Dinge nicht zu sehen, wie sie sind und dem anderen, nicht den anderen Menschen und mich selbst zu entdecken. Doch eine sehr enge, über das oft das komme ich noch, Verbindung von einem mit dem anderen, von uns allen. Das sind Aspekte, die sozusagen zur Grundlage buddhistischen Denkens oder eines Weges geht, der für jedermann gangbar und möglich ist und der unser Weltbild und der unsere innere Struktur, unsere Freude, unseren Freiraum und unsere friedvollere Grundhaltung verändern kann. Ich möchte mich deshalb konzentrieren, heute vom Wesen der Wirklichkeit mal zu sprechen. Nicht so sehr von der Praxis, die übermorgen wieder bei mir draußen im Mund am Tegernsee großgeschrieben wird, wenn wir unseren Tag der Achtsamkeit miteinander verbringen in unserer Gemeinschaft, sondern mich heute zu konzentrieren auf das Wesen der Wirklichkeit und von den zwei Wahrheiten, aber nicht absoluten Wahrheiten, sondern von den Wahrheiten, wie wir sie im Moment erkennen und trotzdem auf dem Weg bleiben, weil sie uns immer wieder Neues zeigen werden, weil sie immer wieder neue, erfüllte Wahrheiten werden, aber keine absoluten und endgültigen. Sie sind immer vorläufig, wir sind immer auf dem Weg, solange wir nicht vollkommen erleuchtet sind, solange wir nicht Buddhaschaft in uns selbst und jeder hat es in sich verwirklicht haben. Jeder ist potenzieller Buddha, ein Mensch, der die Vollkommenheit des Erwachens, die Ganzheit in sich trägt, als einen Samen, der da ist und der verfügbar ist und den wir erreichen können. Ich bin heute ganz, ganz fest nach mehr als zwei Jahrzehnten davon überzeugt, dass es möglich ist und dass dieses Auf-dem-Weg-Sein schon so viel Freude und so viel Schönes mit sich bringt, dass es sich einfach lohnt zu gehen und zugleich zu wissen, dass ich eigentlich angekommen bin. Aber ich gehe, um zu gehen, nicht um anzukommen. Und in diesem Art von Gehen, wir machen das in der Gehmeditation, ist ein Art von Gehen enthalten, wo es nicht mehr auf das Ziel ankommt, sondern wo das alles passiert während dem Gehen, rechts und links am Wegesrand. Und das ist die große Freude, nicht dann das Entziehen, das wir sowieso alle nicht kennen. Und von diesen zwei Dimensionen der Wirklichkeit möchte ich gern heute sprechen. Denn sie beweisen den ersten Vers vom Dhammapada, vom Geist geführt die Dinge sind, vom Geist beherrscht, vom Geist gezeugt. Vergessen wir dabei bitte nicht, dass alle Konzepte, das ganze Angebot, das in der buddhistischen Lehre steckt, vorläufig ist. Es sind Möglichkeiten der Annäherung, es sind Instrumente, aber es ist niemals etwas Endgültiges, Festgeschriebenes, wo man sagt, das habe ich, das stecke ich in der Tasche und nun ist es sozusagen mein Eigentum. Deshalb sind wir so vorsichtig bei Begriffen, bei Konzepten, bei Definitionen zu meinen, das sei es dann schon. Es ist nur immer wieder der Finger, der auf dem Mond seht, noch lange nicht der Mond selber. Es sind nur Instrumente, Möglichkeiten, uns zu verändern. Und nicht das Konzept und nicht der Begriff ändert uns oder ist entscheidend, sondern das Leben und unsere Einstellung zu leben. Jeden Tag, jede Minute, darauf kommt es an. Und Veränderung ist immer ein Konzept buddhistischen Denkens ist, dass Nichtdauer, Veränderung ständig stattfindet. Immer ist es ein prozesshaftes Geschehen. Das sehen wir im ganzen Kosmos, im ganzen Weltall, dass ständig Veränderung da ist. Tod wäre Stillstand, Leben ist Veränderung. Und weil es immer Veränderung gibt, in jeder kleinsten Zelle und in jedem größten Milchstraßensystem oder Galaxie sich ständig Bewegung, Veränderung und Neuformierung stattfindet, ist Leben für uns unzerstörbar. Es ändert sich nur. Und wir haben die Möglichkeit, diese Änderung über uns ergehen zu lassen, alt zu werden, zu sterben und dieses Leben an uns vorbeifließen zu lassen, ja uns sogar manipulieren zu lassen in unseren Veränderungen, weil andere uns sagen, auf welche Weise und wie wir uns verändern. Oder wir haben die Möglichkeit, Veränderung bewusst zu erleben und an dieser Veränderung mitzuwirken, unserem Leben eine bestimmte Richtung zu geben, nicht ein Ziel, nicht ein Endprodukt, wo wir sagen, das und das muss ich jetzt erreichen oder das und das ist nun mein Lebensziel, sondern in eine bestimmte Richtung uns zu orientieren, die, wenn sie Freude bringt, immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet und wir immer wieder durch Hinterfragen die Richtung beibehalten. nicht mehr Automatismen unterliegen, nicht mehr Gewohnheitsmustern und Verhaltensmechanismen unterliegen, sondern sich selbst bewusst Richtung geben, wodurch, durch diese Energie der Achtsamkeit, durch die Möglichkeit, sehr achtsam, sehr bewusst, jede Minute und die wird immer anstrengungsloser, diese Bewusstheit, dieses Bewusstsein, jede Minute ganz da zu sein, einfach ganz präsent zu sein. Die Meditation im Buddhismus dient in erster Linie dazu, uns zu konzentrieren und bei dieser Konzentration zu sagen, I stop. Samatha ist nichts anderes wie Stopping, anhalten, nicht mehr rennen, wir brauchen nirgends hinrennen, wir haben schon alles, was wir brauchen, wenn wir nur tiefer hineinschauen und dieses Stopping, diese Konzentration entweder auf unseren Atem oder ein Meditationserblick ganz da zu sein in diesem hier und jetzt in diesem Moment ermöglicht uns diesen Stopp herbeizuführen und wegzugehen von diesem Rennen und damit auch zu stoppen unsere Automatismen und mechanischen Gewohnheitsmuster. Dieser Stopp ist sehr wichtig, genauso wie das zweite, was in der Meditation passiert, mit Passana, der Klarblick, Klarsicht. Warum? Was entsteht denn hier? Durch diese Achtsamkeit entsteht tiefere Einsicht in unsere eigene Natur und unsere Natur ist nicht sehr viel anders von der Natur aller anderen Wesen. Wohl unterschiedlich in Bewusstsein, wohl unterschiedlich in der Intelligenz, wohl unterschiedlich in all dem, was diese Persönlichkeit XY ausmacht. Aber die Natur unseres Wesens ist dieser Geist, der alle von uns belebt, der in allem durchwebt und da ist und die gleiche Qualität besitzt, nur auf verschiedenen Bewusstseinsebenen, nach buddhistischen Konzeptionen. Und wenn wir dann Einsicht und Verstehen entwickeln, unserer eigenen Körperlichkeit, wieder Kontakt mit unserem Körper bekommen, wenn wir Kontakt mit unseren Gefühlen und Emotionen bekommen, sie nicht mehr verdrängen, sondern bereit sind, sie anzuschauen, sie anzunehmen als einen lebendigen Teil von uns, die guten und die weniger guten, auch die negativen und sie allmählich zu transformieren und umzuwandeln. Wenn wir hinschauen auf unsere Gedanken, wie sie kommen und gehen, wenn wir das beobachten, wenn wir unsere Gedankeninhalte besser erkennen können und anschauen, dann machen wir Satipatana, eine Übung auf die vier Grundlagen, die vier Grundlagen der Achtsamkeit, werden dann geübt, eine der wichtigsten Angebote, die der Buddha vor zweieinhalb tausend Jahren gemacht hat. Deutlich zu machen, wie wir mehr Einsicht, mehr Verstehen entwickeln können und damit unsere Fähigkeit zu lieben und anzunehmen, uns und andere verbessern, erheblich verbessern. Und dann werden wir auch die Mitwelt, die anderen und uns selber anders betrachten. Wir werden kein Schlachtfeld mehr eröffnen, auch mit uns selber nicht mehr. Wir werden keine kleinen Kriege mehr in der Familie, in der Gesellschaft, im Berufsleben und mit uns selbst führen. Wir werden durch diese Einsicht und das Verstehen friedvoller. Und das ist möglich, wenn wir es nur wollen und die Richtung beibehalten. Dieses Meditation geschieht eben nicht nur auf dem Kissen, die halbe Stunde oder so, der eine oder andere von uns investiert sozusagen, um selber Stille und innere Ruhe zu erfahren, sondern sie ist beim Gehen, beim bewussten Gehen, sie ist beim Essen, beim bewussten Essen, sie ist beim Einschlafen und beim Aufwachen und sie ist in jeder Situation immer besser da. Das ist dann meditatives Leben, bewussteres, achtsameres Leben und auch das ist möglich. Leben ist nur jetzt und hier berührbar, nur in der Gegenwart, nur in diesem Moment. Wir können nicht Leben berühren, wenn es bereits vorbei ist. Wir können es auch nicht berühren, wenn es noch nicht da ist. Und dieses Jetzt ist ein Moment, ist etwas so Filigranes, etwas so Zerbrechliches, dass es kaum zu fassen ist. Und doch ist es alles, was wir haben, ständig neu, immer wieder, jede neue Sekunde oder Zehntelsekunde. Es ist etwas Wunderbares, dieses Leben in dem Hier und Jetzt, in dieser wirklichen Präsenz, zu entdecken und zu sagen, ja, ich lebe. Es ist wunderschön, zu leben, es bewusst zu tun, es zu spüren und die wahre Heimat dabei zu entdecken, diesen Frieden und diese Freude zu entdecken, die wir in uns selber haben, als Samen, als Möglichkeit, oft leider verkümmert, weil es nie benutzt wird, oft überlagert durch viele Schichten und Schlacken. Buddhismus ist Marga, das heißt der Weg gehen. Was ich für mich tue, wenn ich gehe und wenn ich an mir arbeite, tue ich auch für die anderen. Ich kann mich nicht raushalten. Ich bin, ob ich will oder nicht, und das ist eine tiefen Ökologie ersten Ranges, ich bin mit allem anderen untrennbar verbunden. Das ist buddhistische Erfahrung und Grundschau. Wir sind so tief mit allem, was existiert, verbunden, dass wir uns daraus nicht rausnehmen können. Ich werde es nachher noch verdeutlichen. Was ich also für mich tue, tue ich automatisch und immer wieder, immer wieder auch für den anderen. Und was ich für andere tue, und das ist wichtig zu wissen, tue ich auch für mich selber. Es ist nie ganz altruistisch. Wenn ich mich für jemand anderem einsetze, ihm meine Energie zur Verfügung stelle, ihm meine Zeit gebe, ihm meine Mittel gebe und anbiete, wenn er sie haben will, darf er sie benutzen, dann ist es zugleich eine unglaublich schöne Sache auch für mich selber. Und die Gnatan hatte recht, also in unsere Schlappschuhe im Blambillage, in seinem Zentrum in Südfrankreich, jedem persönlich einen Aufkleber hineinklebte I walk for you. Und es ist wunderschön zu wissen, dass wenn ich gehe, gehe ich auch für die anderen, denen es gerade schlecht geht, die gerade einen Durchhänger haben, die gerade nicht gut drauf sind, wie wir so schön sagen, für die gehe ich mit. Und die orientieren sich dann und sagen, du, der ist, der ist wirklich ganz da, ich kann das auch, gehe auch mit. Und wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, und bin im Sangha mit anderen Freunden zusammen, mit unseren Ordensschwestern und Brüdern, die haben schlecht, bin wirklich nicht gut beieinander. Und sehe aber, mit welcher Präsenz und Konzentration, mit einem leisten Lächeln, sie eine Sonnenblume nehmen und in eine Vase stellen und anschauen. Und ich sehe dann wieder den Himmel und ich sehe dann wieder die Gesichter und die Augen der anderen und ich sehe ihre Art, sich einzubringen in diese Welt, dann wachse auch ich wieder in eine sehr gute Situation hinein und kann wieder selber gut gehen. Und dann weiß ich, die anderen sind in der Zeit für mich gegangen, wo mir es dreckig ging und wo ich Durchhänge hatte, wo ich nicht sehr gut eine ganz große Trockenphase beispielsweise mal im Leben durchmachen muss. Dieses, für den anderen zugleich da zu sein und zu wissen, das, was ich für mich tue, ich auch für die anderen und was ich für die anderen tue, tue ich auch für mich, ist ein wichtiger Grundsatz. Das ist praktiziertes Intersein, nennen wir es. Verwobenheit, diese Verbindung von allem mit allem. Und der ganze buddhistische Nicht-Ich-Gedanke, der so schwer immer verstanden wird, was meinen die mit ihrem Anatha, mit ihrem Nicht-Ich, entsteht einfach daraus, dass wir erfahren allmählich, dass dieses Ich nicht in splendid isolation lebt, dass es nicht isoliert ist, sondern dass es eine tiefe, ganz tiefe Verbindung mit allen anderen hat. Und wenn wir das tiefer anschauen, dann stimmt dem Descartes sein Satz Cogito Ergo Sum nicht mehr. Denn wenn du denkst, dann bist du nicht wirklich da. Gedanken tragen uns in der Regel in Vergangenes oder Zukünftiges. Aber dann sind wir nicht mehr präsent. Das ist eine der wichtigen Übungen, Bitaka Bichara, Gedanken und Erwägen abzulegen nach der ersten Stufe der Meditation, um wirklich ganz da zu sein. Gedanken vorbeiziehen lassen, wie die Wolken am Himmel. Nicht beachten, nicht mehr anschauen. Sie sind im Moment nicht wichtig. Und es gelingt uns immer besser. Drum ist, für diese Situation und für unser Training, dieses Nicht-Denken. Ein wichtiger Prozess oder sich zumindest durch die Gedanken, die dann sowieso auch noch da sind, nicht mehr stören zu lassen. Wir ziehen vorbei, Sie sind da, Sie sind auch ein Stück von mir, wie ich mich auch nicht durch meine negativen Empfindungen stören lasse. Sie sind ein Stück von mir und Wut macht mich sehr lebendig. Es ist wichtig, die Wut anzuschauen, annehmen zu können, zu sehen, wie sie sich körperlich und psychisch auswirkt und sie anzunehmen. Und sagen, ach, da bist du ja wieder. Hallo. Da sagt sie zu umarmen und auf die Weise durch viel Achtsamkeit so zu durchtränken, auch meine Negativ, meine Eifersucht, meine Gier, meine Wut, meine Frustration, meine Leidenschaften, die mich einsam oder verzweifelt machen lassen, zu durchtränken und sie auf diese Weise zu verwandeln, diese Energie neu zu besetzen. Ist möglich. Die Übungen sind da. Lesen Sie, umarme deine Wut, ist ein wunderschönes Buch mit 20 Übungen, wo man das selber dann praktizieren und selbst an sich ausprobieren kann. gibt im Buddhismus nichts, das Theorie wäre. Es ist immer Instrumentarium. Es ist immer Praxis und praxisbezogen. Natürlich gibt es schöne philosophische Konzepte, denen habe ich mich lange genug beschäftigt. Heute interessieren sie mich nicht mehr so sehr. So interessant das natürlich ist rein intellektuell. Mich interessiert auch immer viel mehr das Ding. Was kann es verändern? Wie kann ich mit dem, was mich einschränkt, belastet oder was mir Freude macht und was mich heiter werden lässt, wie gehe ich damit um? Und so können wir das sogenannte reine Land, also sozusagen unsere eigene, unser wirkliches Herz, unseren Geist, wenn Sie so wollen, berühren, nur in der Gegenwart. Und wenn wir das sehr tief tun und entdecken, dann ist das Paradies nicht irgendwo, ein Ort oder etwas in der Zukunft, sondern es ist da. Es ist verfügbar. Jederzeit, wenn wir es wirklich wollen. Und wenn wir diese Richtung einschlagen, können wir es entdecken. Teil hat eine wunderschöne Geschichte erzählt vom Wasser und der Welle. Eine Welle, die entsteht, einen Höhepunkt hat und vergeht, wird die große Sorge haben, dass sie als Welle nicht mehr existiert. Teil hat gesagt, wenn die Welle aber entdeckt, dass sie auch Wasser ist, das Wasser des Ozeans, dann wird sie plötzlich sehen, dieses Wasser war vorher da. Es wird nachher da sein. Ich brauche keine Angst mehr haben, als Welle einen Beginn, einen Höhepunkt und ein Ende zu haben, wenn ich zugleich weiß, dass ich auch Wasser bin. Und wenn ich das entdeckt habe, dann bekomme ich eine neue Sicht der Wirklichkeit. Und das sind die zwei Ebenen, von denen ich jetzt sprechen möchte. Die Welle ist die sogenannte Samsara. Die Datei sagt dazu, die historical dimension of reality. Die historische Dimension, die relative Wirklichkeit, die wir jeden Tag, als ich, als Karl, in dieser Welt mit unseren Sechsünnesorganen, weil Denken zählt dazu, zu den fünf klassischen, erleben und erleiden. Und es gibt das Wasser. Wasser ist Nirvana. Ein Wort, Sie können gerne ein anderes nehmen. Es ist die transzendente Wirklichkeit. Es ist die ultimate Dimension of realism. Die letztendlich gültige Dimension von Wirklichkeit. Für die Experten, das eine ist Lokadatu und das andere ist Darmadatu. Es ist die Buddha-Natur in allem. Und ich habe früher geglaubt, dass diese beiden Wirklichkeiten zwei Seiten einer Medaille wären. Aber es waren immer noch zwei Seiten. Zwei weißen, die Wirklichkeit zu sehen, die relative und die ganzheitliche Wirklichkeit. Heute weiß ich, aufgrund einer eigenen Erfahrung, mehreren kleineren Erfahrungen, dass sie sich gegenseitig durchdringen. Es sind nicht zwei Seiten. Es ist das Gleiche, diese Wirklichkeit. Sie durchdringen sich einander wechselseitig. Die eine ist ohne die andere nicht möglich. Sie existieren auch nicht unabhängig voneinander, Samsara und Nirvana. Und müssen doch genau unterschieden werden, weil es sonst sprachliche und begriffliche Verwirrung gibt. Es sind zwei große Dimensionen der Wirklichkeit, die aber so miteinander verwoben sind, dass sie jederzeit beide gleichzeitig und eine ohne die anderen auch nicht denkbar vorhanden sind, präsent sind. Und daraus kommt die, muss ich sagen, Mahayana-Auffassung aus dem Avatamsaka-Sutra und Ratnakuta-Sutra. Das sind also bestimmte Lehrreden, die sehr umfassend und tiefgründig sind. Daraus kommt die Auffassung, dass Nirvana jederzeit für uns greifbar, möglich und erreichbar ist. Nicht irgendwann, irgendwo und nachdem Buddhaschaft erreicht ist, nein. Dieses Situation frei von Gier, Hass und Verblendung, dieses Berühren der Ultimate Dimension, der letztgültigen Wirklichkeit, in dieser relativen, ganz ich wollte es fast sagen, stinknormalen Welt, die wir jeden Tag erleben, ist möglich. Und dieses Nirvana ist eine Wirklichkeit ohne Konzepte, ohne gedankliche Konstruktionen und ohne die vier Vorstellungen von Sein und Nichtsein, das spielt keine Rolle mehr. Von Kommen und Gehen, das spielt auch keine Rolle mehr. Im Samsara haben wir Anfang und Ende. Wir haben hier das Ich und das Du. Wir haben hier Tod und Leben. Wir haben Außen und Innen und Einer und viele. Das alles, diese Welt der Begriffe, der Ideen, der Konzepte, der Vorstellungen, unter falschen Wahrnehmungen, gilt da nicht. Und das ist berührbar. Das kann ich erreichen. Ich habe keine Angst mehr, wenn ich als Welle entdecke, dass ich auch Wasser bin. und diese Furchtlosigkeit und die Freude, die dabei entsteht, ist Nirvana. Ich bin zu Hause angekommen, durch meine Achtsamkeit und mein Atmen. Buddha hat in seiner ersten Lehrrede gesagt, ich habe die Todlosigkeit gefunden. Er hatte dieses Nirvana erreicht und für jeden anderen von uns, für jeden Menschen und nicht nur Menschen. Für allem, was existiert, ist es möglich, das zu erreichen, wirklich anzukommen, daheim zu sein. Ich kann das zum Beispiel, wenn ich ein Stück Brot esse, schon feststellen. Brot, ein Stück Brot zu essen, bewusst und achtsam zu essen, ist ein Botschafter des ganzen Kosmos. Ich kann entdecken, den Regen drin, ich kann entdecken, das Getreide und die Erde und die Sonne und die Luft und den Müller und den Bauer und den Händler, ich kann alles entdecken, in einem Stück Brot. Und wer selber schon mal Brot gebacken hat, eine fast archaische Handlung, Teig zu kneten, ist etwas Wunderschönes, der weiß, dass er mit diesem Stück Brot, das so herrlich duftet, den ganzen Kosmos, alles was existiert, darin enthalten ist. Den würde ich nur ein Element, die Sonne oder das Getreide oder den Müller oder den Vater von dem Müller wegnehmen, wäre das ja schon wieder nicht mehr möglich, dieses Stück Brot in der Hand zu haben. Und das meine ich mit tiefer schauen, das meine ich mit berühren, indem ich durch das eine alles andere entdecke. Und genauso kann ich auch entdecken, dass dieser Karl, der hier steht, aus vielen Elementen sich zusammensetzt, die nicht Kallelemente sind. Und dass diese Nicht-Elemente, nicht-Ich-Elemente erst diesen Menschen, der sich dann als Ich-Karl bezeichnet, ergeben. Und dass, wenn alles mit allem verbunden ist, dann haben die Tibeter recht, wenn sie sagen, ich war schon der Vater und die Mutter von allem, was existiert, und ich war der Sohn und die Tochter von allem, was existiert. Warum? Weil seit anfanglosen Zeiten dieses Leben, dieser Strom des Lebens fließt, und in uns unendlich viel, ja alles zugleich enthalten ist. Und dann werden wir auch nicht mehr mit uns kämpfen und gewalttätig umgehen, sondern sehr viel in uns entdecken und uns annehmen und lieben können, weil wir alles in uns tragen. Auch die Vollendung ist in uns. Dick zugedeckt, mit dicken Schichten, Klesias genannt, mit Ablagerungen von Gewohnheiten, von Habit-Energies, Gewohnheitsenergien, Auffassungen, Meinungen, Betrachtungen, Vorurteilen, Furcht, und, und, und. Buddha hat die Furchtlosigkeit angeboten. Es ist das größte Geschenk, das er den Menschen gemacht hat, furchtlos zu sein. Und das ist zu entdecken, das ist möglich. Nirvana ist immer erreichbar, weil es schon da ist. Nicht in der Zukunft, in der Gegenwart. Und wir brauchen Samsara nicht zu verlassen, diese Wirklichkeit, um zugleich in der anderen Wirklichkeit zu sein. Ich brauche keine Himmel und Höllen mehr, außer denen, die sowieso in mir selber sind, in meiner Seele stecken. Seele in Anführungszeichen. Da gibt es und auch Situationen. Ein KZ und ein Schlachthaus ist eine Hölle. Und andere Situationen können himmlisch sein. Jeder von uns kann sich sie hoffentlich vorstellen. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart ist eins in dieser Dimension. Vergangenheit ist immer da in der Gegenwart, weil diese Gegenwart das Vergangene in sich trägt, nicht verloren hat. Sie ist noch da. Alles, was vor uns lebte, ist in uns, in der Gegenwart präsent, wenn wir tief hinschauen. Nicht nur die Eltern. Wir sind immer noch ein Stück Eltern. Wir sind ein Stück Großeltern. Aber wir sind auch, weil die Zukunft ebenfalls in der Gegenwart ist. Die Zukunft wird gestaltet, nicht nur gestaltet, sondern ist gegenwärtig. Wir können in uns Kinder und die Kindeskinder, die Enkel entdecken. All das ist in uns. Warum? Weil wenn wir diese Gegenwart tief berühren, wir eine Dimension erreichen, die eben nicht mit Zeitraumkontinuum zusammenhängt. Das ist sehr schwer beschreibbar, aber es ist erlebbar. Es ist eine Möglichkeit, wo wir jederzeit durch sehr tiefes Hinschauen und durch ein großes, intensives Leben, zu dem auch die Meditation gehört, entdecken können, dass die Zukunft in der Gegenwart da ist, weil die Zukunft aus der Gegenwart gestaltet wird. Und weil die Vergangenheit da ist, weil sie die Gegenwart immer noch tief berührt. Und deshalb ist der jetzige Moment so entscheidend, denn er enthält alles. So wie alles mit allem Verbundenes nach buddhistischer Denkweise, ist auch alles in dieser Gegenwart enthalten. Das, was war und das, was sein wird. Und wenn ich das weiß, dann bin ich ja auch in der Lage, Vergangenes zu vergegenwärtigen. Sati oder Smriti heißt nicht nur Achtsamkeit, sondern auch Vergegenwärtigung. Dann bin ich in der Lage, es in die Gegenwart bewusst zu nehmen und zu heilen. Auch das, was ich vielleicht versäumt habe. Auch mit Menschen und Mitmenschen wie meinem Vater oder anderen, die heute nicht mehr leben. Ein Heilungsprozess ist in dieser Gegenwart möglich, weil das Vergangene in dieser Gegenwart lebt. Und ich kann, wenn ich tief blicke, es bewirken. Wenn wir das tiefer anschauen und da ein wenig selber hineingehen, in diese Welt des Avatamsa-Gasudra, in diese Welt der Transzendenten-Wirklichkeit, des Nirvana und des Berühren und sei es nur für einen Augenblick, wird unser Leben sich verändern. Wir kriegen eine völlig neue Qualität und entdecken selber, wie Zukunft aus Vergangenheit gemacht ist und in dieser Gegenwart seine Wirkung hat. Und dann wird das größte Geschenk, dass du deinen Ahnen und Vorfahren, aber auch deinen Enkeln machen kannst, wird dein Lächeln sein und deine Art zu gehen, deine Art zu lieben und deine Freude. Und alle werden daran teilhaben. Ich habe immer stärker das Gefühl, auch räumliche Trennung spielt keine Rolle mehr. Ich lebe mit vielen Menschen, die ich sehr mag, sehr eng zusammen, auch wenn wir nicht zusammen sind. Und es ist wunderschön, wenn ich weiß, und es wird immer sicherer, dass meine Fähigkeit, zu lieben oder zu lächeln oder Freude zu haben, den anderen ein großes Geschenk bringt. Und das gibt natürlich eine unglaubliche Motivation. für sich selbst und zugleich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch für die anderen. Auf die Weise, etwas sehr Schönes zu tun. Und wenn wir die positiven Elemente, die es um uns herum gibt, ich habe sie vorhin nur angedeutet, wirklich entdecken, außerhalb und in uns, und sie ernähren und stärken, dann kriegen wir eine andere Stabilität. Es gibt bei uns eine Elementmeditation, wo ich Blume bin und das Blumenhafte in mir entdecken kann. Ich war es ja schon. Es ist ja in mir der Samen. Wo ich Berg bin und die Stabilität und die Sicherheit und die Festigkeit eines Berges in mir diese Eigenschaft neu entdecken kann. Dass sie in mein Bewusstsein kommen. Dass sie auf mich und in mir ihre Wirkung erhalten. Und so kann ich den Himmel, die Wolken, das Wasser, Quellen, vieles in der Natur als ein Instrument, als eine, mit einer fast Liebeserklärung annehmen und es bei mir, in mir entdecken, wieder neu entdecken. Es ist eine wunderschöne Art, sich auf die Weise zu ernähren, sich zu stärken, um dann auch die Kraft und die Stabilität zu haben, das Negative in sich und bei sich anzusehen, genau zu beobachten, auch die körperlichen Reaktionen und Funktionen, Körper betrügt uns nicht, er zeigt uns genau, was passiert, das anzusehen und dann anzunehmen. Und wenn ich es annehme und ihm zulächeln kann, auch zu verwandeln, zu transformieren, wenn es so will. Diese gleiche Energie, die uns so lebendig macht, beispielsweise jemand, der mich ständig wütend macht, tiefer schauen, genauer hinsehen und entdecken, wie dieser Mensch leidet, wie verzweifelt er ist, dass er so aggressiv, so mies, so brutal um sich schlägt, weil er sich selbst nicht mag, denn wenn er glücklich wäre, könnte er nicht so handeln. Also ist er, ob er sich zugibt oder nicht, in seinem Innersten ziemlich verzweifelt, ziemlich arm dran. Und wenn dann meine Energie, die bisher Wut war, nämlich zurückzuschlagen, sich verändert, in eine Energie des Mitempfindens, der friedvolleren, liebevolleren Haltung, dann habe ich die gleiche Energie verfügbar, mit einer ganz anderen Qualität. Das nennen wir Transformation, das nennen wir Veränderung. Und da haben wir ein Spielfeld und ein Trainingsfeld vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Manche trainieren in der Nacht noch weiter. Und deshalb, das anschauen können, beobachten, akzeptieren und verwandeln, ist der eigentliche und entscheidende Punkt. Sehen Sie, und so kann ich auch dann gehen lernen. Ich kann gehen lernen, nicht wie in Storch im Salat, dass ich besonders, meine, dass ich jetzt besonders meditativ und gradiertisch oder heilig gehe, sondern ganz normal gehe, aber bin im reinen Land, sozusagen bin ganz bei mir zu Hause. und ich gehe dann auf dieser Erde, Thay hat gesagt, auf eine Weise, das war ein bisschen kitschig in dem Film, dass hinter meinem Schritt eine Lotusblüte erwächst. Das ist ja bei dem kleinen Buddha, als er geboren wurde, passiert. Ich muss lachen, als die kleinen Winger da aufgesprungen sind. Also, so sicher nicht, aber ich kann auf eine Weise gehen, wie Jesus oder Buddha auch auf dieser Erde gegangen sein mag. Und ich kann auf dieser Erde, auf diesem Planet, eine gute Verbindung herstellen, mit allem, was da existiert, mit allem, was mit mir in Verbindung steht, wenn ich es nur will. Es steht sowieso, aber ich entdecke es halt nicht. Und so kann ich in einem Blatt Papier, hat Thay auch eine wunderschöne Beschreibung gemacht, die ganze Welt entdecken, den Regen, die Sonne, den Baum, der nicht wachsen könnte, die Papiermühle, den Baumfeller und seinen Vater und seine Mutter, ähnlich wie beim Brot, kann ich in allem, alles entdecken. Und ich werde dann mit einer ganz anderen Art, mit einer viel liebevolleren, achtsameren, freundlicheren Haltung mit allem umgehen. Und ich habe in Meditationen kennengelernt, wie ich Tiere zum Beispiel, vor denen ich mich geäckelt habe, Schlangen und Kakerlacken und Würmer und Kraken oder was auch immer, Spinnen und ähnliches, was es sein mag, Mäuse, Ratten und Wanzen oder Läuse anzunehmen, zu sehen, was Leben bedeutet und wie die nur eins wollen, glücklich sein einigermaßen im Rahmen ihres Bewusstseinsstandes. Und ich kann eine Veränderung bei mir selbst herbeiführen und damit natürlich viel mehr Freiraum gewinnen, wenn ich eine andere Einstellung zu dem finde, was ich bisher abgelehnt habe, was ich verachtet habe, wovor ich mich geekelt habe. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass es mir mal gelingt, so viel Zuwendung zu Menschen zu entwickeln, dass ich eben auch Lepra-Kranke, die keine Finger mehr haben im Vietnam drüben und das halbe Gesicht fehlt, umarmen kann, ohne Angst vor Ansteckung und ohne Eckegefühl oder sonst was. Ich habe die Augen angeschaut, ich habe die Menschen gesehen, die gesagt haben, da ist jemand, der kümmert sich um uns, der bringt nicht nur Geld, sondern er ist einfach da, kommt aus Deutschland rüber, um mit uns zu sitzen, bei uns zu sein und zu sagen, ihr seid nicht allein. Es gibt Menschen, die noch mit euch fühlen und für euch verfügbar sein können. Da sind, der Christoph, jetzt in Bangladesch oder woanders ähnlich gegangen sind, in ihrem Bratweger, in Tibet, tibetischen Wagern, dass dann, dass alles wegfällt. Es gibt dann kein Problem mehr zu fühlen, wie wir miteinander verbunden sind und wie tief diese Verbindung von einem zum anderen geht und da ist, ob wir wollen oder nicht. Sie ist da. Wir können sie nur uns die Augen zumachen und das nennen wir Unwissenheit und sagen, ich bin ich und dort der Rest der Welt, alles andere geht mich nicht an oder dem drehe ich mich weg. Wir können uns nicht entdrehen. Und so hat jeder die Kapazität, dass das Wasser die Welle berührt. Und das ist die Vollkommenheit, das ist die sogenannte Buddha-Natur in uns, Bodhichitta, der Erleuchtungsgeist, von dem alle Dinge geführt sind, von dem sie ausgehen und der immer da ist. Wir haben ihn. Und das ist, glaube ich, die riesige, großartige Botschaft, die wir selbst entdecken können, wenn wir sie aufgreifen, Furchtlosigkeit und Vollendung in uns zu entdecken. Wer das mal entdeckt hat, auch nur für einen kleinen Moment, wird es wieder irgendwann ein bisschen verlieren. Die Trockenphasen kommen. Es gibt immer wieder Rückschläge, wenn wir nicht sehr bewusst sind, wenn wir nicht mehr tiefer schauen, wenn wir ein bisschen wieder laissez-faire beginnen. Man muss dranbleiben. Man muss sehr kontinuierlich dranbleiben, aber nicht verkrampft, nicht verbissen, locker. Es ist schön. Es ist ein Spiel dabei. Und Leben ist sehr lebendig und ist etwas Großartiges. Wir brauchen nicht so hingehen mit heruntergezogenen Mundwinkeln und vorgeschobenen Unterkiefern, zugekniffenen Augen, sondern wir können es wirklich mit Freude machen, wenn wir es ein bisschen geübt haben. So können wir Nicht-Dualität erkennen. Ich entdecke in jedem Staubkorn Millionen von Buddha-Ländern, wenn ich genau hinschaue. Und diese Dhammas oder Dharmas, diese Partikelelemente der Wirklichkeit, die sind es, die da zusammenspielen. Etwas sehr tief berühren. Und wir berühren den ganzen Kosmos. Und alles Negative enthält auch seine freudige, freudvolle, friedvolle und schöne Seite. Und alles Schöne hat natürlich auch eine andere Seite. Wir haben das beim Yin-Yang-Symbol so schön dargestellt. Und das kann man dabei alles entdecken. Und ich kann dann langsam mit mir Frieden machen. Mit mir selber, mich annehmen. Mich vorher mit diesem Positiven erfüllen, entdecken, wie alles in allem existiert und wie Frieden und Freude in allem existiert. Ganz gleich, was wir berühren. Jedes Element hat dies auch in sich. Auch das Schmerzhafteste. Auch das Scheußlichste. Hat es in sich. Und dann werde ich aufhören, abzulehnen, zu hassen, zu verurteilen. Sondern werde tiefer und tiefer schauen. Und das macht einen Buddha zum Buddha. Dass er in diesem Samsara das Nirvana entdeckt. Dass er in diesem leidvollen, zerrissenen, blutenden, brutalen und schlimmen Welt das Vollendete sehen kann. Und die Freude. Und dass nichts kaputt gehen kann. Und dass nichts verloren geht. Sondern dass es vollendet ist. Und dass ein langer und schmerzhafter Weg ist, es sich bewusst zu machen. Und das ist Praxis. Und das ist der immer wieder neue Versuch, den wir unternehmen wollen, dieses Wunder zu entdecken. Dieses Wunder, das diese Welt ausmacht und das durch diesen Geist bestimmt wird, der in allem steckt. Und dann können wir uns unsere Fähigkeit entwickeln, und sagen, ich bin schon angekommen. Und was du glaubst, haben zu müssen, das ist längst in dir. Du brauchst nichts mehr von außen holen. Das ist die große Erkenntnis. Und jemand, der sehr viel erreicht hat und sehr viel gehabt hat, in der Familie, im Beruf, in der Anerkennung, in großen Titeln und Posten und in finanziell und wo auch immer, der wird mir folgen können und mir zugeben, dass es das alles nicht letztlich ist. Es ist schön, es macht Spaß, es ist auch in Ordnung, wenn wir uns darum bemühen. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn ich weiß und entdecke, dass alles, was ich glaube, haben und werden zu müssen, schon da ist. Es gibt Leute, die wissen alles und verstehen gar nichts. Das gibt es natürlich auch. Und du bist schon, was du werden willst. Wenn ich das auch mal entdeckt habe, dann höre ich auf, irgendwo hinzurennen. Ich muss nicht mehr rumlaufen. Es haben christliche Mystiker entdeckt, es haben buddhistische, islamische und alle anderen auch entdeckt. Wenn ich Gott außer mir suche, kann ich ihn nicht finden, wenn ich ihn da nicht entdecke. Hat Angelus Silesius gesagt. André, ein Zen-Meister sagt, wenn du Buddha triffst, schlag ihn tot. Warum? Wenn du Buddha außen triffst, dann hast du ihn noch nicht getroffen. Du musst ihn bei dir entdecken. Wenn du ihn da nicht findest, wo dann? Wir müssen uns entdecken. Das ist die große Botschaft. Und dafür gibt es Mittel und Instrumentarien. Die könnte ich Ihnen seitenlang aufführen, was an Angeboten da ist. Aber dazu reicht heute die Zeit leider nicht mehr. Ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie die wundervollen Dinge, die da sind, in Ihnen und um Sie herum entdecken und berühren lernen. Dass Sie in der Gegenwart immer wieder, nicht immer, aber immer wieder leben. Natürlich müssen wir planen. Natürlich müssen wir unsere Erfahrung reinnehmen. Natürlich wird Vergangenes und Zukünftiges uns immer beschäftigen. Aber es muss auch die Zeiten geben, wo wir immer mehr es schaffen, auch präsent und wirklich da zu sein. Und tiefer zu schauen. Und wirklich hinzuhören. Ich sage lieber nicht zuhören. Er macht mir so zu. Hinzuhören. Ganz still zu sein. Und zu sehen, was der andere sagt. Zu hören, was der andere sagt. Und mich selber im anderen zu entdecken. Und zu schauen, wenn ich berührt bin, was es in mir ist. Und nicht gleich so machen. Der sagt und der macht. Und der hat mir das angetan. Eben mit meinem alten Spruch, dass der Finger, der auf den anderen zeigt, zugleich drei auf mich selber zeigen. Dass ich da anschaue und hinschaue. Und wenn mir das gelingt, dann wird es ihm und mir auch gelingen, immer wieder Nirvana zu berühren. Diese Dimension, letztgültige Dimension von Wirklichkeit, die in dieser relativen Wirklichkeit drinsteckt. Jederzeit immer da ist. Wir müssen sie nur entdecken. Und dazu wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Weg. Nicht nur nachher nach Hause, sondern auch in diese nirvanische Qualität unserer Existenz, die da ist.